es ist ok na ich weiß nicht ob das so auch funktioniert sollte funktionieren sonst wäre das jetzt einfach Stream Info bearbeiten Aber ein bisschen Reaktion Speed Reaktion So einmal speichern Dann können wir den Stream Manager aufmachen. Einmal kurz den Stream annehmen und teilen. Und dann war es jetzt eigentlich schon. Ich mache mal kurz meine nächsten paar Wecker aus. Den, 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 den. Also in den nächsten drei Stunden. Auf Peasy Peasy. Stimmt, ich kann mal, ich muss einmal kurz gucken auf. Du, 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 du. Du, 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 du. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ein TikTok wurde zu stumm geschalten. Was ist denn die maximale Dauer TikTok? Es beginnt alles katastrophal. Habe ich das noch? Sofällig. Das habe ich noch, ja. Okay, dann mache ich hier nochmal einfach. Keine Internetverbindung. Mann, es läuft alles. Das ist nur nicht ein Dachplan. Mann. 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 Das ist so gut, Alter. Oh nein! Wo? Äh... Für dich Für irgendeine Wiedergabenliste Äh... Pfff Gamer maybe? Komm Ja, Ritz, Ritz Ja, chill daneben Äh... Auf jeden Fall neu spielen Kann ich jetzt noch mal was hinzufügen? Bearbeiten? Ja... Okay Tiktok, was ist die maximale Länge, an die ich äh... Copyright Musik reinmachen darf Oäh... Copyright Inhalte Eine Minute? Maybe? Sorry Das heißt, bis 147 zum Beispiel Obwohl ich hatte grad nur ne Minute, ne? Das heißt... Unter ne Minute Ich will vielleicht nur das Gameplay reinmachen vom Trailer Aber... Da ist alles ziemlich beschissen gerade Um ehrlich zu sein Um ehrlich zu sein Nein, was mach ich denn jetzt hier? Von da bis da... Das sind... 10 Sekunden 18... 20... Da mach ich mal bis 1... Ich hoffe das geht in Ordnung für Tiktok Nein, das ist quasi 192 0 20 21 Wir sehen uns, was wir sehen. Vielleicht? Fuuuuck. Info speichern. Ja, sehr ruhig. No, jetzt habe ich das andere gelöscht, oder? Ne, habe ich nicht. Äh. Bearbeiten. Dann Entwürfe. Okay, ich habe die Sound über Dings bestanden. Nice. Heißt, weiter. Das müsste jetzt veröffentlicht werden können. Äh, veröffentlichen. Noch mal den Hashtag mal weg. Komm mal auf German hin. Ich veröffentliche mal. So, fangen wir trotzdem erst mal anzuzocken. Falls das gleich nicht funktioniert, dann funktioniert es halt eben nicht. Neue Spiel. Wie ich halt zwischen dem Story-Modus. Also, Rottfähigkeit, dann passt es auch, wenn sie Schaden nehmen oder verursachen. Feinde sind deutlich weniger aggressiv und richten noch weniger Schaden an. Dann handelt es sich auch, wenn sie Schaden nehmen oder verursachen, falls sie weniger aggressiv und richten weniger Schaden an. Dann handelt es sich auch, wenn es Schaden ist und verursacht sie nicht. Dann handelt es sich auch, wenn sie Schaden nehmen oder verursachen. Ich mache mal das. Auf. Lockerflockig. Okay, mal schauen. Äh. Kaum sichtbar. Ist eigentlich maximal. Wenn man sich... Auf dem Stream musste ich das eigentlich ein bisschen höher stellen. Nicht auf Discord, sondern auf Twitch. Muss ich drauf. Gehe ich einmal auf Live. Stream Manager. Jaaaa. LOL. Ach, das hat von heute der Chat mit Alex und Dicci? Seid ihr gerade beide da? So, ich war gerade auf TikTok ein TikTok machen. Beziehungsweise Werbung machen für den Streamer, wo auf was bringt. Aber auf dem neuen Account, also da, wo einfach noch gar kein Video von mir existiert. oh krass, ihr seid beide da, wild ja wir spielen euch dieses Spiel auf jeden Fall falls ich zu leise bin, muss man es mir sagen dann passe ich die Sounds ein bisschen an wie immer ja Gott, erschreckt mich nicht drücke L1 zu Impuls passt das so mit der Lautstärke eigentlich bin ich genauso hört man mich sehr gut oder eher weniger muss ich leiser machen oder lauter oh wait okay, ich gehe einfach mal geradeaus okay, bis jetzt passt ok muss ich denn lang? soll ich es mir einfach mal folgen? Okay, ich kann schwimmen, das ist gut. Ein Tor. Da hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Wo muss ich hin? Ich gehe mal zu dem da. War anscheinend richtig. Was ist das? Okay. Speichern. Hier runter springen. Ah cool, wir können... Warte, war das Feuer schon an? Oder haben wir das gerade ausgelöst? Ich spring mal da runter. Ja. 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 Du bist hier. Okay, wir sind raus. Okay. Okay. Wir müssen wahrscheinlich den und den machen, oder? Den irgendwie aktivieren. Ja, ich hätte das TikTok nicht auf einen neuen Account machen sollen. Ich hätte es einfach auf meinen Account machen sollen, wo jedes Video 600, 700 Aufrufe hat. Never mind. Das erste TikTok seit drei Jahren oder vier Jahren war es da hochladet. Das ist der Account, wo ich damals meine Nummer geleakt habe und mir tausend Menschen geschrieben haben. Was komplett viral gegangen ist mit 7.000 Aufrufen und 800 Kommentaren und alles. Keine Ahnung. Da habe ich halt seitdem ja nichts mehr hochgeladen. Deswegen, bisschen blöd von mir, aber egal. Äh, warte. Muss ich wieder da drauf? Ja. Nein. Ah. Kann ich rennen? Oh, guck mal. Ich kann sogar rennen. Nice. 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 Ich mach mal die Sichtempfindlichkeit ein bisschen höher. Bei Spiel. Bei. Ich guck mal, wie das ausmacht. Na, ich stelle mal auf 2 vielleicht. Ja, so ist es hier besser. Obwohl nach oben und unten ist halt mega schnell und nach links und rechts halt irgendwie... Da muss ich halt gucken. Gleich mache ich auch auf... Bin ich so gut da drin mit schneller Sichtempfindlichkeit. Ich finde ja die Leute immer... Komplett wild einfach. Die keine Ahnung Sichtempfindlichkeit auf 300% ballern. Wo ich mir so denke, Junge, wie kannst du überhaupt noch gerade ausgucken? Oh ja. Ist das hier was? Oh ja, warte mal. Ich finde das richtig cool, das Spiel bis jetzt. Oh ne, so ist es angriffen. Angriffen. Ja genau, angriffen. Ich aktiviere die mal immer. Kurz. Vielleicht bringt das ja was. Ein Fuchs. Noch ein Fuchs. Oh. Ein... Ich höre was. Aber was soll es darstellen? Soll das ein... Es soll ein Löwe sein, ne? Ein Löwe mit einem sehr flachen Kopf. Die Musik ist jetzt schon geil. Und wenn es das ist, Ich glaube, ich habe mein TikTok auf meinem Main-Account hoch. Oh, warte mal. Sorry, ich spiele sofort weiter, aber ich kann jetzt mal gucken, da ihr jetzt zuschaut, ob das so ist. Ich weiß, wie ich denke, was ist, dazu muss ich aber kurz noch mein Laptop anmachen, weil dann würde ich das zumindest erklären. Ich sage aber gleich was. Äh, kurz Passwort eingeben, so. Zum Glück bin ich hier direkt noch Twitch drauf. Zurück zu Twitch. Geht alles so schnell. Verwunderlicherweise. Äh, Kanal. Ich lasse mir gleich noch sonst von anderen Streamern. Streamern. Okay, ich bin live. Das passt so. Ein Zuschauer. Obwohl ich nicht nur ein Zuschauer bin anscheinend. Äh, genau das, was ich mal kurz gucken wollte, ist die Mod-Ansicht. Eine Community. Wenn da jetzt eure Namen drinstehen, dann finde ich das ziemlich komisch. Das geht sofort weiter auf jeden Fall. Doch. Also Alex, sein Name steht nicht da drin. Bei Zuschauer. Aber deiner Lidstil. Sind glaub ich die Zuschauer, die die ganze Zeit zugeschaut haben. Das Ding ist halt. Ich kann dir das ja mal schicken Alex. Du müsstest halt eigentlich da drin stehen. Ich schick dir das mal kurz, was ich meine. Äh. Geh mal auf Insta bitte. Lass mal ein bisschen Tab offen, damit du mich noch hörst. Du müsstest halt eigentlich da drin stehen. Da sind halt die Zuschauer und diese... Also da sind drei immer da. Am Anfang. Was halt überhaupt keinen Sinn macht. Vier Zuschauer habe ich jetzt. Why? So. Äh. Aber. Du stehst zum Beispiel nicht da drin. Obwohl du eigentlich da drin stehen müsstest. Bei meinen Zuschauern. Aber Lidstil steht zum Beispiel da drin. Obwohl. Ich weiß nicht womit es zusammenhängt. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber. Ich weiß jetzt zumindest. Wie es funktioniert. So. Wir spielen weiter. Ja. Ist echt komisch. Mach mal mein Mikrofon wieder ein bisschen weiter ran. Jetzt steht da nur zwei Zuschauer. Also. I don't know. Irgendwas ist mit meinem Twitch nicht in Ordnung. Okay. Dann. Zocken wir mal weiter. Hier. Hoch kann ich nicht. Achso. Einsammeln. Dreieck. Wofür erhalten. Einen Freund gefunden. Ja. Das ist blöd, dass hier das scheiß schwarze Block da immer angezeigt wird. Ich weiß nicht, warum PS wieder das eingefügt hat. Um early zu sein. Hi. Hallo. Es ist alles okay. Was passiert hier, kleine Mann? Hm. All right. finde die rot die rot sind diese kleinen dinger ist einer ich glaub erzählt nicht oder hatte ich renne einfach mal okay die despawn hier kann ich wahrscheinlich nicht hoch einmal so machen nein kein weg erhebt sich aber wie geil das aber auch aussieht oder ist halt mega noch eingefunden ich habe euch gesehen noch ein so ich gehe noch mal kurz hier ein bisschen lang ich glaube wir müssen auf jeden fall dadurch sagen wir rot um dieses todes herz zu reinigen all right dann müssen vielleicht doch erst mal da lang aber hier unten ist auch noch was gesehen ok cool ok es war gut dass wir hingegangen sind wir haben einen mehr dann laufen wir mal wieder hier runter und laufen mal da lang wo die rot lang gegangen sind also mit drei öffnen ok ein team von gefährden ist gewachsen und steht hier ist die rotaktion zur verfügung ich denke das war es da war ja doch schaut euch mal die dinger an einer kommen wie süß einfach richtig süß durch die trailer weiß ich übrigens dass die sorge noch richtig krass wird also ok was denn ok und we we hier hoch oder dann lang ich denke mal hier hoch Ich geh mal hier hoch. Ich kann nicht da hoch, okay. Hier oben links ist auf jeden Fall was. Ich kann hier hoch, aber... Ich drücke X um eine Richtung über Kanten zu springen, ja. Hier ist sonst nichts? Anscheinend nicht. Einfach Assassin's Creed? Kann ich hier hoch? Nee, ne? Doch, cool. Komm, gib ihr was. Schade. Ist hier noch was? Nee. Okay. Okay, jetzt wieder so ein Herz. Okay. Okay. Boah. Ich bin trotzdem bereit. Todes ist so ein erstes Schönen Feind. Oh, der ist halt ein bisschen drüben. Okay, geil. So. Let's go. Ähm. Nochmal? Ah, da oben auch noch. Okay, cool. Können meine Rotz eigentlich sterben? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich hoffe nicht. Okay. Okay. Ich will schon sehen, okay. Ich begeben. Tut hier auch so eben. Sag dir drauf, wo du sehen soll. Indem du, äh, sei es. Okay. Okay. Aber wo muss ich hin? Hier? Nee, ne? Hier hoch kann ich nicht, ne? Okay. Ich gucke glaube ich erstmal, äh, wohin ich muss. Da oben ist noch. Ah, ich muss da hoch wahrscheinlich. Äh, dann mache ich einmal Viereck. Äh. Nice. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Oh, als ob ich das nicht kaputt machen kann, ja? Hier gibt's sonst nichts? Doch. Oh, wir haben irgendwas eingesammelt. Äh. Äh. Warte mal bitte eine Sekunde. Ich muss jetzt kurz auf meinen anderen TikTok-Book planen. Es dauert ja nur eine Sekunde. Ich muss hier einen Sound hinzufügen. Äh. Was mach ich doch mal. Äh. 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 Ich muss jetzt weiter... Einfügen veröffentlichen. Gigi. Warum geht das auf einmal auf dem Account? Let's go. Wo muss ich hin? Äh. Rot verbinden. Hier. Okay. Und jetzt? Was hat mir das gebracht? Äh. Okay. Okay, da... Rüber schon mal nicht. Ich schalte ja immer an den einfachsten Sachen, ne? Ne. Jo. Muss ich nicht. Aber wo ist denn dann hin? Weil ich hab das jetzt... hochgehoben. So. Was hat mir das geparkt? Was? Muss ich da lang? Scheinbar. Okay. Ich muss scheinbar komplett woanders lang, als ich eigentlich dachte. Aber das ist in Ordnung. Oh, hier ist wieder, äh... Böses Herz. Hab den Namen gerade vergessen. Seems like a boss fight. And that's not good. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but... You do not fully understand it. Widerstand, And corruption. Are all that remain here? Das Land kann hier sein, aber du kannst nicht hier bleiben, Spirit. Du musst weitergehen. Du bist derjenige, der nicht gehört hat. Ich werde niemals abwundern. Ich werde... Stark, Stark. Oh no. Okay, aus. Wait. Okay. Easy. Oh no. Ich habe das Schild gemacht. Ich kann kein Schild mehr machen. Ausweichen. No. Easy win. Get down. No. Notch. Weiss. You can come out. It's safe now. Look, Zarya. She cleared away the poison. The little guys could eat it. Hey, Robin. Mein Name ist Kade. Was sind die beiden hier, allein in der Forst? Keine Worte über uns. Wir haben hier lange Zeit und wir uns selbst beschäftigen. Ich kann das sehen. Sie sind beide sehr stark. Sie wissen, wer die Spirit war, mit dem Hörner-Mask? Wir wissen nicht, aber wenn er aufsteht, wird der Poison stärker. Hey, was machst du hier in der Forrest? Ich suche den sacreden Mountain-Shrine. Könntest du mich da hinnehmen? Wenn du in der Mountain-Shrine gehst, musst du uns mit etwas zu helfen. Das kann ich machen. Warte, Bruder ist tief im Wald gefahren. Wir brauchen nicht, um ihn zu helfen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Easy peasy. Okay. Acht von 15? Nee, die Rechnung geht nicht auf. Zumindest von den Balken her. Guck mal, vielleicht ist hier noch was. Okay. Warte, 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 warte. Karte verfügbar. rot 0 von 24 hüte jetzt was 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 oh nein das geht wahrscheinlich guck mal kurz wie groß die map ist groß rot 8 von 8 haben wir alle gefunden sieht aus nach einem spiel wo man viel zu collecten hat auf jeden fall nachricht naja machen wir erst mal weiter wohin ist die frage hier runter was gibt es hier gibt es hier irgendwas wahrscheinlich nicht mehr ich renne mal ein bisschen aber wie schön das aber auch einfach aussehen ich mag den style ich mag ja doch den style sagt man oder mag den stil auf jeden fall ja ich glaube hier finde ich nichts deswegen werden wir mal ein bisschen nach vorne ja truff erhalten heiko ja nicht wundern ist viel mehr über ps4 es ist immer so ein schwarzer balken dann hat vorwendig irgendeine benachrichtigung bekommen warum die das eingefügt haben und jetzt nicht einfach ausstellen kann weiß ich nicht nur w w w w a w w w Oh shit. Okay, das haben wir. Ich sollte da glaube ich nicht drin stehen. Cool. Hier drin ist noch eins. Nice. Da war eine Kiste. Die spawnt wahrscheinlich wieder. Hier ist eine Kiste. Ich will die haben. Das war einfacher als ich dachte. Um early zu sein. Warte, generiere Karma indem du verdorbene Feinde besägst, die Umweltfelder wieder herstellen und Früche für deine Rotten findest. Beim Upgrade, wenn du eine ganze Kamera einsetzt und deine neue Fähigkeiten. Aha. Cool. Oh. Stimmt, das habe ich gesehen. 100. Wir haben 65. Kann ich hier irgendwas verbessern? Oh, das ist mega. Okay, das ist alles freigeschaltet. Zulässig kam erforderlich. Das ist auch mega. Aber ich würde mal sagen, da wir uns das hier nur leisten können, machen wir das doch einfach mal. Äh, Upgrade freischalten, akzeptieren. Ganz entspannt. Jetzt haben wir nur noch 15. Eis. Genau. Eigentlich ganz cool. What's that? Neuer Rotthut verfügbar. Oh, das ist auch eine Kiste. Schau mal ein. Neuer Rotthut verfügbar. Diese Währung weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen kann. Shop. Hier ist ein Shop. Topf, Pilz, Klee. Aber ich habe die doch. Habe mal Hüter ausrüsten. Hä? Aber ich habe da gerade Hüter bekommen. Ah, ich halte die erst frei und dann muss ich die nochmal extra kaufen. Oh Gott, wie viel es gibt. Oh Gott, oh Gott. Yo. Weil so viele Outfits. Kann ich das ändern? Ne. Viele Outfits gibt es. Ein paar. Okay, finde ich cool. Wir können unsere Horts anpassen und unser Aussehen. Das ist ziemlich nice. Ich hätte gerne mal eine Mission oder so, wo ich als nächstes hin musste. Wo waren wir denn jetzt? Schau mal nach denen hier im Reden. Vielleicht kann ich dir helfen. Was zu schreien. Am Masse schreien und irgendwas teilen bauen. Wird er mir auf der Karte angezeigt? Fragezeichen. Oh ja, wird er. Kann ich den Wegpunkt dahin machen? Nein. Wir gucken gerade in die Richtung. Heißt, einmal nach rechts gehen. Ja, sieht doch danach aus. Hey, kommt alle in mein Team. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Ja, ich brauche euch. Ja, wir sind immer noch nicht. Spirits verletzten hier, verletzten in den Tragedien unserer Vergangenheit. Du musst du diese Spirits helfen, wenn du sie auf den Mauten schraubst. Auf meinem Weg habe ich zwei Kinder. Sie haben mich geholfen, einen Mann namen Taro. Ich bin nicht verrückt, dass Benni und Sayah dich gefunden haben. Sie sind kleine Kinder, und würden alles für ihre Brüder machen. Wir haben immer kraften Wälder Mäste, um diejenigen, die übergebracht haben. Hier die Mäste, die Mäste schlussendlich schlussend werden, um die Spirits' Reise in den nächsten Land. Mein Vater war eine Spirits-Gült. Unsere Traditionen sind unterschiedlich, aber er hat viele Spirits verletzten, von dieser Leben nach dem nächsten. Also, du wirst, was passiert mit Spirits, nicht möglich zu gehen. 예. Ich fühle mich auf Taro. Ich fühle mich zu Taro. Sie ist in seinen Gästen. Sie soll bald auf seinen Geist, und wird helfen, zu am Erschungen beenden. Ich fühle mich mit Ihrer Reise auf die Kinder. Ich fühle mich nach Bini und Sayah. Sie sich nachdenken, dass... ihrer Bräder des Bräders ist schwer zu verstehen. mhm karros maske um geistermaske zu schauen durch die maske um deinen weg zu finden öffne geisterbein und tödliche objekte in der umgebung geistermaske mit hilfreich um dort zu finden die in der Welt versteckst du? ah ja ich drücke weis oh es gibt ein Foto Modus? oh mein Gott ich kann einen neuen Hintergrund für mich erstellen, weil warte schließen hä? habe ich irgendwas verpasst? ich rück doch nach äh ich rück doch nach links ah jetzt yo warte sind die die sind auch da wenn ich äh ok oh wie geil das aussieht ich glaube das ist der weg oder? es müsste eigentlich der weg gekennzeichnet sein ich bin mir ziemlich sicher es ist aber auch immer nur ein punkt da ne? ok das müsste es eigentlich sein ok ich glaube ich muss erstmal da durch ich glaube ich sollte es gar nicht hier machen weil die Frage ist ach die Maske wird mir gekennzeichnet die sich formeln dass er einen und die sich ja die die kann ich da hoch ich kann hier nicht springen das ist schade aber hier kann ich springen ok alles klar was ist das da fliegen müssen ja bestimmt besiegen oder warte was stand da untersuchen ich habe tobi seit einiger zeit nicht mehr gesehen er steht normalerweise er steht normalerweise mit dem rest als er spielt normalerweise mit dem rest der kindern auf der anderen seite auf der anderen straßenseite also hier kann ich nicht durch aber was genau zeigt mir das jetzt also ja es wurde gesagt aber da oben ist was kann ich hier nichts machen vielleicht später oder naja erst mal weiter schauen ich glaube wir sollen geradeaus gehen das kann ich nicht kaputt machen ok aha soll bestimmt hier rauf oder hier so ach so freigeben komm ich da wieder raus das ist ein geister du hast geister post gefunden du hast etwas gefunden das einen dorf oder gehörte bringe es zusammen raus im dorf der ort ist auf der karte markiert karte markiert der ort ist auf der karte markiert der ort ist auf der karte markiert kann ich ran so Oh, ich kann dran zoomen. Aber der Ort ist nicht auf der Karte markiert. Warum denn nicht? Ich geh mal weiter. Mach halt wieder alles andere außer die Story. Weltuntersuchung. Der Stehenschmetz ist ja so schnell, man sehen, ob man sowas so... Aha. Na, hier komm ich nicht durch. Dementsprechend gehen wir einfach mal geradeaus. Oh. Gut zu wissen, dass man da nicht gegenlaufen kann. Ja komm, ich geh mal geradeaus weiter jetzt. Reden. Wait, mit wem reden? Aha. Ich geh durch, aber wir kommen nicht vorbei. Klar. Nichts leichter als das. Die Rotkirchen speziale Beine und Keine. Es ist so, wie der Zykkel wird auch ziehen. Wait. Das ist so, wie der Zykkel ist. Welche Spezialblumen? Die blaue da? Was sehe ich denn? Oh. Starker Schlag. Starker Schlag. Was? So. Oh. Okay. Nice. Und da. Du bist so, wie der Zykkel liebt. War ja der Zykkel nicht, wie der Zykkel wieder geblieben ist. Ja. Lass dich nicht. Okay. Weiterechen wollen wir die ursprünglich vorne der Rott wieder verwende das um die Wolke zu bewegen. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Oder ist es einfach nur eine allgemeine Info für das was vielleicht noch kommt? Okay Alex, du wirst jetzt angezeigt. Aber Litchi wird nicht mehr angezeigt. Dafür aber viele andere. Hä? Ich verstehe dieses Menü nicht. Warte, was wollt ihr? Dass ihr da alle rumgeschoben habt. Nach einem Feuer. Ja? Ich guck mal ob ich... Oh. Maybe. Ja, brauchst du ja nicht. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging ja gerade nur darum, dass hier auch einfach gar nicht mehr angezeigt wird. Aber du dafür jetzt. Genau. Wie kann ich denn jetzt nochmal das hier aktivieren? Ja, ist immer komisch. Achso. Achso. Ich kann doch laufen währenddessen. Ui. K-층isch. Ich kann ja hier raus. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ist da eine Schlauch? so äh kann ich da hoch? nee Ah. Ah, hier ist noch was. Wir gehen gleich weiter. Okay, das war es eigentlich. Und Trophäe halten, so gut wie neu. Interagieren. Cool. Ich gucke, ob ich das gleich noch brauche. Deswegen nehme ich mal kurz mit. Lauf mal kurz so mit rum. Na gut, eher weniger. Doch hier lang? Jetzt dachte ich einmal, es geht da nicht lang. Und dann geht's da lang. Natürlich. Äh. War es einfach nur eine Abkürzung oder habe ich jetzt was passt? Ne, habe ich nicht. All right. Warp? Oh, cool. Cool. Es gibt Teleporter. Das ist cool. Mach das. Das ist ein bisschen komisch. No. Hä? Ich dachte, er ist tot. Hey, ich bin doch ausgewichen. Ja. Ja. Yo. Shit out. Fuck. Fuck. Oh, was ist das? So kann hier mehr hier, ne? Fuck. Fuck. Das war's. Das war close. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, eine bessere Vorangehensweise. Ja, ich denke mal, die wollen jetzt das einfach wegmachen jetzt. Was ist das, was sie gemacht hat? Ich habe gesagt, sie könnte uns helfen. Großartig, Kinga. Lass uns weitergehen. Gibt es hier irgendwas cooles? Oh, nice. Wir haben einen neuen Bedleiter. Willkommen zurück. Das sind doch niemals alle Zuschauer. Ich verstehe halt nicht. Guck mal, Alex, bei mir steht, hast du ja gesehen, im Screen, auf Insta meine ich, die Zuschauer. Aber ich habe diese Zuschauer nicht. Ich checke nicht, was diese Zuschauer sind, die mir da angezeigt werden. Obwohl du da als Zuschauer halt auch drin stehst, ne? Ich meine, die schauen mir ja gar nicht alle zu. Ich habe drei Zuschauer gerade von 15 oder so, die da stehen, dass sie mir zuschauen. Aber das tun sie ja nicht. Da habe ich ja nur zwei. Aber wahrscheinlich ist sie einfach nur zurückgegangen wegen einem Bug. Okay. Oh, das sieht geil aus. Die Quadrate. Das ist wohl ein Wohne. Also sind wir in den Kirchnern rein. Der Wohne ist, wenn wir das noch auf chans. Dann ist sie nicht weg. Ja. Ich habe das, was wir hier weitergehen. Irgerin. Ich werde das in den Kirchen zu lassen. Oma. Oma. Taro! Was ist passiert? Was hast du gesehen, als du auf Taro's Masse gesetzt hast? Schlimme Dinge habe ich gesehen. Dinge die ich nicht sehen wollte, glaube ich. Keine Ahnung. Ich mach sofort weiter. Können wir mal kurz die Kippe machen? Die Kraft ist großartig. Wie wissen wir, wo wir sehen? Vielleicht kann Herr Russo uns helfen. Das Haus ist da. Ja. Okay, cool. Koffe erhalten in den Wäldern. Ich werde interagieren. Sammle alle drei Relikte um Taro zu beschwören. Das sieht geil aus. Jetzt scheint er gerade was. Nee. Und sonst so, was habt ihr heute so gemacht? Wie geht es euch? Ist das ein Zahnrad da hinten? Oh. 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 Why? Ich schwimm mal dahin. Oh je. Tut mir leid für dich. Oh. 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 Mazohn. V容�를 medical aufrufen. Ich meine. Wir können gerne darüber reden oder so, aber halt im Stream ist das ein bisschen doof, ne? Das kann ja jeder jederzeit sehen. Deswegen. Wie komme ich da oben hin? Ich brauche irgendeine neue Attacke. Hm. Ja. Cool. Ein neuen Begleiter. 10 von 15? Vielleicht auch noch ein Stein. Ah. Aber wie komme ich da oben hin? Ich brauche irgendeine neue Attacke auf jeden Fall. Und ich glaube, ich sollte noch nicht hier hingehen. Obwohl, von hier kommen wir ja, ne? Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter machen. Ob ich da rüber kann? Nein. Ob ich da rüber kann? Das ist hier. Genau das ist hier. Es wunderbar. Ja. Was ist hier? Aha. Die sind so süß. Ich will die als Haustier haben. So ein Real Life. Ich will die in echt haben. Grusoberg. Ah, wir haben Warp freigeschaltet. Okay. Cool. Boah, hier sitzen. Hier sitzen und das Leben genießen, weißt du? Das wär's doch, oder? Hier so ein bisschen zu ziehen. Wär mega. Moosu's Haus ist soo far away. Okay, du kannst ihn sehen, dass du ihn auf dem Topf des Hauses sehen kannst. Aha. Muss ich? Ich muss, glaube ich, da hoch, ne? Okay, hau. Hier lang? Oder? Na, da lang geht's nicht. Da komm ich nicht rüber. Hier könnte ich aber hoch. Ja, da hinten ist auch ne Lampe. Ich könnte gleich mal versuchen, da lang zu gehen. Aber ich geh erstmal hier lang. What the fuck war das? Das hat hoffentlich jeder gesehen. Yo. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Ich mach mal kurz meine Kippe aus. Geht sofort weiter. So. Hier Zuschauer. Willkommen. Okay, hier ist Heilung. Let's go. Ausweichen. Was haben wir? Ob er mich zweimal getroffen hat. Nice. Oh nein, ich die schon wieder. Hey. Kann ich meine Darus nochmal da raus schicken? Oh, scheiße. Oh. Heilung. Heilung. Nice. 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 Wer bist du Affe? Achja, äh, so. Easy. Äh, gibt's hier sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Ich geh mal hier lang. Oh, warte. Kann ich? Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht später? Oh, vielleicht auch nicht. Warte mal. Muss mal kurz, äh. Ähnlich irgendwo. So. 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 Nowhere. So. 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 dementsprechend komme ich doch erst mal nicht wieder ja was ja ich habe 2d installiert war das alles hier ja das ist mir so egal ob da ein update war aber so wenn es so was wie haakens meint nicht mal nach zwei monaten aufzuhören irgendeine scheiße zu schreiben dann ganz ehrlich ich habe keinen bock mehr auf diese diese ekelhaften menschen nehmen wir es mal so faktisch gesehen aber wo muss ich mir jetzt hier hin hier hoch nein ich denke mal von da oben kommen wir irgendwann vielleicht da lang weg ah von hier kommen wir aha da müssen wahrscheinlich da hoch nicht hier hoch da ja nicht ne also man kann nicht da widerspreche ich dir tatsächlich sehr mir ist von niemandem außer vielleicht von stark außer vielleicht von zwei menschen in meinem leben die ich persönlich kenne und mir wichtig sind die meinung wichtig aber es geht nicht um meinungen und ob mir meinungen wichtig sind sondern dass diese menschen die dieses spiel spielen und diese community halt einfach nur erbärmlich ist traurig ist asozial kindisch und ekelhaft ist und darauf ich bin 21 jahre alt so ein dreck muss ich mir nicht mehr muss ich mir nicht mehr bieten früher ja aber mittlerweile es ist nur ein scheiß spiel weiß wie ich mein und darauf habe ich keine lust mehr ich zog jetzt mittlerweile tausend mal bessere spiele und ich bin echt froh darüber dass ich kein trofes spiel aber du kannst mir gerne mein ganzes inventar abkaufen das wäre natürlich gar kein problem inventar wert ist circa 200 300 euro ich mache dir freundschafts angebot da muss nicht so viel sein aber sonst für was anderes werde ich mein trofes account auch nicht mehr benutzen außer vielleicht um ihn zu verkaufen so geht doch geht doch aber ja btw kann ich dazu rein schauen wir müssen mal wieder party ne wir waren schon sehr lange nicht mehr party und haben uns unterhalten das spiel sieht so geil aus das spiel sieht so geil aus das spiel sieht so geil aus was passiert wenn ich hier runter falle ich sehe von da unten kommen wir sogar wir sind jetzt so schnell hier hoch gekommen aua au 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 Dann können wir nachher von mir aus Party Wait, wo muss ich hin? Ich muss hier runter, ne? Oh, shit Das war schlecht Ich muss doch aber da hoch Ja, okay, dann Viel Erfolg dabei, gute Besserung Ich weiß nicht, was man da sagt Jedenfalls Wir müssen doch nicht hier runter, oder? Vielleicht kommen wir auch einfach da wieder hoch Ja, gut Ein bisschen nachdenken Also ich bin dir ehrlich So ein Sprung würde ich nicht mal in echt machen, wenn ich Double Jump hätte So Stimmt, ich habe den Double Jump voll vergessen Ich bin fast gestorben Okay, ich hatte gerade ein bisschen Panik, was passiert, wenn ich loslassen drücke, ob ich dann komplett runterfalle Aber nichts passiert Einmal hier hoch, einmal noch weiter hoch Children of Mortar Children of Mortar Ich habe mir sonst die Trailer zu irgendeinem Spiel ausgesehen Angeguckt Deswegen spiele ich aber auch dieses Spiel jetzt, weil mir der Trailer einfach zu krass Ich denke nicht, dass ich diesen Sprung schaffe Hier lang, ne? Ja, hier lang Was gibt es hier oben? Oh, da ist irgendwas Das melden wir uns mal Warte mal Bevor wir jetzt hier lang gehen Ich glaube, wir müssen rechts lang, um dieses Secret zu bekommen, ne? Schau mal Ah Nice Nice Hallo Interagieren Ist ein Pixel Game, CD Dungeon, niedliche Story, leicht zu verstehen, ein bisschen Grindskill hilft, hat meine Bekannte Mechaniken, kann man glaube ich auch zu mehreren spielen Wenn es V3 ist, dann kann ich es mir vielleicht mal angucken Oder halt den PS Plus passt drin, das meine ich damit, V3 Ich finde, dass es halt wieder nicht auf meinem Handy aktualisiert wird Jetzt So, dann hätten wir das auch Hat auch PS Plus Ding, hat mich auch nicht so kostet Ja, deswegen sage ich ja, wenn es in PS Plus drin ist, dann kann ich es mir anschauen Dann gucke ich nachher mal einen Trailer dazu, wenn es einen Trailer dazu gibt Wenn nicht, dann gucke ich mir halt die Screenshots an Äh, ja, mal gucken Und wenn das was ist, was du auch zockst, können wir vielleicht was zusammenzocken sogar Wenn du Bock drauf hast Oh, das ging fast schief Wie kommt ihr jetzt eigentlich hierhin? Die Brücke ist broken Oh no The table It's broken Gott verbinden Bin wie eine Band Die streamen das Hurry, I don't think they can hold it for long Hurry Spring Doppelsprung Lauf Finde Ruzo Suche nach Ruzo in den Ausflug Und nach oben klicken Aha Wait Wow Guck mal wie hoch es da geht Ja, eine Band, lieber nicht Wir können trotzdem zusammen streamen Wenn mir das Spiel was sagt Also, sonst vielleicht nicht Aber Was ich dir mega empfehlen kann Äh Das hätte ich dir eine Uhr bestellen, ja Gibt's echt so Äh, was ich aber mega empfehlen kann Auch so ein kleines Dungeon Game Äh Ist Forager Ich schreib das mal kurz ins Stream rein Forager Es macht Hat mega Bock gemacht Hab's glaube ich schon 40 Stunden Spielzeit Äh Und, äh Schau dir das auf jeden Fall mal an Am Anfang Ich sag mal so, ich will nix spoilern Am Anfang Wie immer ein bisschen langweilig Bisschen schwerer Voranzukommen Und dann Wenn du die ersten Dinge freischaltst Denkst du dir so What the fuck Wie geil Der Ersteller ist einfach der krasseste Äh Und es hat geile Easter Eggs Nein Man soll eigentlich nur zwei nehmen Am Tag Übertreib's nicht Selbst ich Der mal jeden Tag welche genommen hat Hab nicht mehr genommen Außer vielleicht drei Aber Ja Ja gut Schau dir das Spiel auf jeden Fall mal an Es macht mega Bock Maske vorwärmen Maske vorwärmen Maske vorwärmen Hier ist wieder ein Warpeln Hier gibt's sonst nichts Dann laufen wir mal hier lang Oh shit Wait Is he healing? Nein Aber Alright Vorwort verbinden Okay Den haben wir Oh shit No So So Äh Dezo ich hab mal ne Frage So ich kennst du dich da aus Ich kann gleich mal ein Bild schicken Ne Ich weiß nicht ob du jemals Auf dem Äh Mod Menü drauf hast Oder Mod Chat drauf warst Aber da werden dir halt noch mehr Sachen angezeigt So So Mod Aktion Warteschlange Äh Und eine Community Und dann stehen da die Zuschauer Und dann stehen halt die Zuschauer Zum Beispiel du Und Alex Werden jetzt hier angezeigt So wie halt Normalerweise noch jemand anders Wird hier gerade nicht angezeigt Aber es stehen noch 20 andere Zuschauer Aber ich hab weder jemals so eine so hohe Zuschauerzahl gab Noch Irgendwas anderes davon Also die alle haben das aufgerufen Meinst du Da müssen da aber Eigentlich noch mehr stehen Weil es fehlen ja Namen Ne Namen die da eigentlich hätten drin stehen müssen Und drin standen Die sind ja weg Hast du keine Ahnung Wie man das aufruft Ja am Handy eher nicht glaube ich Äh Ja es können nur Mods sehen Und du selber als Streamer Deswegen hab ich es ja auch Äh Boah Kann man das Ich hab es halt am Laptop auf Kann man das nicht am Handy aufrufen Ich schau gerade mal Ja Das Ding ist Ich will halt nicht dass irgendjemand Von Trove weiß Egal wer Dass ich streame Weil ich hab keinen Bock solche Leute dann Weißt du Ne Also das Ding Du kannst ihn fragen für Sag Du fragst halt einfach mal für dich Aber sag nicht du fragst für mich Oder sag du fragst für mich Aber Sag hier nicht Dass ich es wie ich heiß auf Twitch Weil ich will nichts Kein bisschen irgendwas Mit jemandem aus Trove zu tun haben Aber ja du kannst ihn ja gerne mal fragen Aber nicht so dass Okay alles klar Dann mal hier draufstehen Dann so machen Ja okay mach das Muss es einfach hier drauf 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 Ah, das verbindet auch Wait Hier muss es wahrscheinlich hin, ne? Sieht aus wie Pikmin, alter Und jetzt? Nice Haben es geschafft So, ich schicke dir auch mal eine WhatsApp Ich habe hier halt, wie du siehst Im Mod-Bereich die ganzen Zuschauer, obwohl keine Zuschauer da sind Weißt du, was ich meine? Kann ich mich kurz stummen? Ich weiß nicht, kann ich mich stummen? Kann ich mich stummen kurz? Mein Mikrofon hat dann leider kein Stumm-Dings Ich gehe einfach mal kurz Eine Minute und 20 Sekunden Bin ich mal kurz nicht da Dann gibt es mich mehr Sieht mir nicht wahr? Wie geht es nochmal kurz? Sieht mir immer so gut Was frameesteyn? Dass ich nicht 커 Nein, dass ich mich bin Ich schicke dir n samen Ich versuchte dir nanya Vielen Dank. 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 So, dann bin ich wieder. Wer ist denn noch da von euch? Wer ist denn noch da von euch? Das war der falsche Account? Wow, 3000 Aufruhr ist das eine. 4, 32, jetzt 3, 4. Wann ist sie auf mein Profil gegangen? So, ihr seid beide noch da. Ihr seid beide noch da. Das könnten Zuschauer sein. Das könnten Zuschauer sein, die kurz reingeschaut haben auch und so weiter. Also irgendwas hat es noch da. Also irgendwas hat es auf jeden Fall damit zu tun. Äh... Ich kann dir noch mal kurz aktualisieren. Ich kann dir noch mal kurz aktualisieren meine Seite. Ich kann dir noch mal kurz aktualisieren meine Seite. Vielleicht wirst du dann angezeigt, Litchi. Vielleicht aber auch nicht. Weil du bist ja offensichtlich da. Ja. So. Äh... Ich aktualisier mal die Seite. So. Ein Zuschauer. Das hat nichts gebracht. So. Alex wird angezeigt. Es werden halt noch weniger angezeigt, als davor. Wo ist denn Sinn? Warum ist das so? Ja, ey. Ja, ich weiß auch nicht warum. Das ist halt echt kacke. Weil ich brauche die Zuschauer. Also in dem Sinne. Damit ich halt irgendwann Affiliate und so ein Scheiß werde, ne? Deswegen ist das halt richtig kacke, wenn das System das nicht realisiert. Aber ich habe leider heute noch keinen neuen Follower gemacht. Auch sehr schade. Nein. Oh cool, die setze ich irgendwann hin. Ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, dann zocke ich mal weiter. Okay, ich habe gerade nicht hingeschaut. Aber ja, wir sind zum ersten Mal gestorben. Das passiert, wenn wir sterben. Dann hat man das auch mal gesehen. Zumindest wenn wir runterfallen. Ja. Äh. Äh. Huch. Gehen wir einfach nicht rüber. So. Einmal da ran springen. Aber da runter kann ich gar nicht, ne? Nee. Nein. Ja. Ja. Oh, boah, fast wäre ich da runtergelaufen. Ich will kein Bossfight, please no. Du siehst uncool aus, da ist Kappa, ich habe mal eine kurze Frage, ah, Rottaktion, mit den Rott-Sitzen, Rott-Wolfe verteilen, Gegner fokussieren, oh, ich kann Gegner fokussieren, okay. Ah, mir wurde jetzt der Waffe gespoilert, egal. Warte mal, konnte ich die Rotz nicht irgendwie, konnte ich die Rotz nicht auf Gegner drauf machen? Hey, das ging doch, aber ganz am Anfang konnten wir das machen, auf... Hm. Hm. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr wie, das ist immer ganz schlecht. Jetzt habe ich wieder nur Einzug, das macht auch keinen Sinn. Anscheinend aber nicht, naja. Okay. Oh, f***. Oh, f***. No, das war die Heilung. Ich kann den nicht hitten. Warum nicht? Warum nicht? Ja, meine selbst ganz Como, sind wir sehr stark. Was muss ich tun? Ja, bleib mal da vorne. Oh shit. Ah. Okay. Wir müssen Dingeskirchen sammeln. Oh no, Alter. Wie lange soll denn der Feind gehen? Zumindest ist das die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, den zu schaden. Oh. Als ob wir den jetzt wirklich mit den Rotz bekämpfen müssen. Das kann ja ewig dauern. Okay. Okay. Bis jetzt doch nicht so schwer auf jeden Fall. Okay. 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 Der fahrhaltende Frontkommandeur. Gibt es einen anderen Weg den umzubringen? Aber ich komme ja nicht an den rand. Hier. Doch. Nein! Komm ich nicht! Ich glaube, das ist der einzige Weg, ne? Hat er zwei Phasen? Ich hole mir mal kurz Heilung, sorry. Okay, weil er noch eine zweite Phase hat, die brutaler ist. Doch er ist nicht ganz die Hälfte. Für die zweite Phase könnte jetzt als nächstes kommen, wenn er eine zweite Phase hat. Der Kampf ist scheiße. Also er ist cool auf jeden Fall. Aber... Ja... Okay. Was passiert jetzt? Ich habe die zweite Phase eingetroffen. Okay. Hard. Wo ist der? Boah, den Kampf nochmal neu machen müssen. Nee, danke. Wo? Wo! Wo ist das? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich wusste es. Nein! Fuck! Fuck! Come on Ich glaube viermal würdest du mir den noch wissen. Yo, Broke meint, was geht? Schön, dass du da bist. Und was geht? Ja, äh... Bossfight. Der ziemlich... Eigentlich relativ langweilig ist, aber auch irgendwie spannend. Ja, ausweichen. Hier noch ein drittes Mal. Okay, easy. Was ist das für eine Art von Game? Wie soll ich das beschreiben? Nee, absolut nicht. Gar kein bisschen. Schau dir vielleicht mal einen Trailer dazu an. Der Trailer lohnt sich. Ansonsten... Ich spiel das Spiel auch erst seit jetzt gerade, beziehungsweise seit zwei Stunden. Äh... Ansonsten schau dir mal die Takes an und, äh... Schau dir den Trailer an. Aber nee, das ist nicht so wie Dark Souls. No! Ich wollte keine Heilung. Hm... Das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Ein richtig, richtig schönes Spiel. Danke für dein Follow, by the way. Nur mach das. By the way, zum Glück habe ich herausgefunden, dass man Gegner fokussieren kann. Sonst hätte ich dir überhaupt kein Damage-Shoe bringen können. Lol. Sonst hätte ich hier noch eine halbe Stunde gesessen. Okay. I knew it! Wo bist du? Jetzt! Wir haben es geschafft. Let's go! Hä? Ah! Nice! Kennst du dich, by the way, zufällig mit... Guck mal, Lichi steht immer noch nicht drin, aber Broken steht jetzt hier drin. Das hat überhaupt keinen Sinn. Kennst du dich zufällig mit Twitch aus und dem Mod-Menü? By the way, kurz rein, ne Frage. Ich hätte da mal ne Frage. Leider gar nicht, okay, schade. No, warte, da gab es noch was. Nooo, ich habe es erst im Nachhinein gesehen. Bis bald. Äh, ja. Über PS4 auf Twitch, genau. Aber ich habe halt meinen Twitch noch separat, meinen Stream separat noch auf dem Laptop laufen. By the way. Dementsprechend habe ich auch auf alles zugriff. Jo. Mit streamerlabs, äh. Ne, direkt über... Sind das Streamerlabs? Halt direkt über Twitch. So. Direkt im Mod-Menü drin. Also kann sein, dass es das Streamerlabs ist. Äh, ansonsten... Ja. Ja, okay. No problem. So, hier links. Ich frage mich, warum man das machen muss. Und... Ja... Ich hätte auch nur eine kleine Frage. Sonst ist alles eigentlich übersichtlich. Dementsprechend, wenn er mir die eine Frage beantworten könnte... Wäre halt schon, äh... Soll ich jetzt im Stream dich fragen und... Du fragst ihn dann, oder... Wie funktioniert das jetzt? Also, sag ich die Frage. Äh... Doch, ich kann dir auch gerne mal kurz ein Bild schicken. Ich schick dir einfach mal kurz ein Bild, was ich da meine. Dann kannst du ihm das Bild auch direkt schicken. Äh... Eine Sekunde... Obwohl ich halt eigentlich zwei Fragen, wenn du mich dann schon, äh, wenn du mich schon, äh, mir das schon anbietest. Die erste Frage wäre halt, was wird da angezeigt? Also klar, Zuschauer. Aber diese Zuschauer, schau nicht zu. Frage? Auf was, warum werden die da angezeigt? Sind das irgendwie Leute, die reingeschaltet haben oder mal kurz drinnen waren oder so? Was hat es damit auf sich? Und die zweite Frage, ist es einfach nur ein Fehler von Twitch, das mir jedes Mal nicht angezeigt wird, wenn ihr mal zuschaut? Zum Beispiel Lechi und Alex schauen immer zu. Es müsste eigentlich immer drei Zuschauer sein. Weil ich mal selber auch zuschaue. Oder zwei. Aber es sind niemals eine. Es aktualisiert sich nie. Äh, und zum Beispiel, du schaust ja jetzt auch zu. Jetzt sind zwei Zuschauer. Aber eigentlich müssen es jetzt drei sein. So. Was ist, was läuft falsch da? Das ist ja meine zweite Frage. Sonst habe ich keine Frage. Bis jetzt. Danke übrigens. Doch ich selber zähle als Zuschauer, wenn ich mir selber über, über das Ding zugucke. Ich zähle selber als Zuschauer tatsächlich. Habe ich auch schon mehrfach ausprobiert. Aber selbst wenn, es müssten jetzt zum Beispiel gesagt drei eigentlich drin sein. Und selbst wenn Lechi und Alex zuschauen, müssen es ja auch mindestens, selbst wenn ich nicht dazu zähle, müssen es ja mindestens zwei sein. Aber es wird nie mehr als ich selber oder halt ein Zuschauer angezeigt. Und das ist halt ziemlich belastend, weil ich brauche diese Zuschaueraufrufe und so weiter, um irgendwann Affiliate zu werden, um wenigstens Kanalpunkte und sowas hinzuzufügen. Und das ist halt, es kotzt mich halt ziemlich an. You know what I mean? Hey, Mr. Rusu, we've been looking for you. We brought our friends Kena. She's here to help Toro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong drawing on its energy. And the land was once in comfort, Alice. Look at the laptop, there is for example, I have now 4 viewers. On my hand, there is 2 viewers. So, it's all different, no matter where. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents. And he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Toro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Toro Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense that it holds a deeper power. The staff belong to my father. It's been in our family for generations. Kaff Bier OG, what's going on? Good morning, good morning, thank you for watching. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer. The bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Bruder, Alex is kein Bot. Alex kenne ich persönlich. Also nicht persönlich, aber der existiert wirklich. Alex zu Bot, alter. Oh my god. Der Arme. Ja, und nicht nur wofür, sondern warum sind sie da? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hallo Robin. Das ist die Frage, warum sind die Bots da? Vielen, Prof. Eil, ein Jäger im Wald. Okay. Genau. Noch eine Frage. Ah, die Bots sind immer da. Aha. Okay, noch eine Frage. Warum werden mir Leute nicht angezeigt, trotzdem da, die zugeschaut haben? Echte Personen. Wie zum Beispiel Litchi. Oder, oder. Oder Tejo Bob wird jetzt auch nicht mehr da drin angezeigt. Warum nicht? Obwohl die Zuschauer sind. Obwohl die Follower sind. Obwohl das wirklich Personen sind. Was, was, was. Ja. Da in der Liste, die ich, äh. Da in der Liste, äh. Genau. Warum ist zum Beispiel Litchi nicht da? In der Zuschauerliste. Und warum ist Tejo Bob nicht da in der Zuschauerliste? Weil die gerade nicht zuschaut. Das braucht man, Schwa. Ja. Das ist aber ziemlich, ziemlich komisch halt. Weil sie wird halt manchmal angezeigt. Oder Alex wird halt manchmal angezeigt. Oder Tejo Bob wird manchmal angezeigt. Und danach nicht mehr. Zum Beispiel jetzt werden nur Alex und, äh. Domo angezeigt. Also Broken Minds. Dafür aber Litchi nicht. Obwohl sie halt zum Beispiel gerade im Chat geschrieben hat. Äh. Mein Stream ist nicht auf Pause. Kennst du mich? Wen meinst du? Mit wem schreibst du? Mit wem schreibst du eigentlich? Ob du mich kennst oder was? Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ich kenne einen Robin. Einen. Aber sonst. Und wenn du dieser... Und wenn du dieser Robin bist, dann hast du auch meine Handynummer. Und dann könntest du mich ja anschreiben und herausfinden, ob ich es bin. Dann werde ich dir sagen, ob ich das bin oder nicht. Ansonsten, ich kenne halt vor Real nur einen Robin. Okay, ich kenne zwei, aber mit dem zweiten habe ich keinen. Regen wir nicht rüber. Jedenfalls. Wenn. Du kannst mich ja auf WhatsApp anschreiben. Dieser Robin, den ich kenne, der hat meine Nummer. Kein anderer. Ich ignoriere das einfach. Ich gehe jetzt weiter. Versuch deinen Bogen an diesen... Warte, versuch deinen Bogen an diesen Zielen. Wenn du fertig bist, kannst du... Aha. Achso, woher kenne ich Dominic? Ja, Dominic kenne ich von der Schule. Ich habe die Frage gerade anders gelesen. Wir waren beide auf der gleichen Schule. Okay, R2 um zu zielen. Und einfach mal zu feuern. Na, auf diese Schule, auf die wir gegangen sind. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Wenn du ein Robin bist, der öfters mal ins Leo geht, dann könnten wir uns kennen. Okay, nicht öfters, aber da ab und zu mal war. Und dessen... Dann bist du es nicht. Dann hast du die Frage erledigt. So, ich müsste gerne ins Spiel weiterspielen. Wo muss ich denn... Wo sind denn die Ziele? Kann ich das ab? Weil Leo ja auch ein Club ist, Digga. Wahrscheinlich. Mit Türsteher und so jeden Tag. Easy. Äh, ja. Ich brauche trotzdem mal Ziele. Oder sind das hier die Ziele? Stark. Nein. Wo sind meine Ziele? Seid ihr die Ziele? Ja. Es sind ab und zu Events da. So einmal alle paar Monate, aber mehr auch nicht. Warum soll ich springen? Ja, Leo ist auch langweilig. Ich fühle mich dir ab und zu... Absolut zu. Na, ich spring nicht die Klippe runter. Ja, Robin konnte helfen. Auf jeden Fall. Danke dafür, auf jeden Fall. An euch beide. Aber das mit dem Leo-Vergleich war halt, wie gesagt, jetzt... Äh... Nur... Damit du weißt, ob ich das bin. Ob wir uns kennen oder nicht. So. Und du kennst mich offensichtlich nicht. Jo, danke fürs Zuschauen, Bro-Kin. Ja, ich streame mal Playstation, aber... Ich hab mein Stream halt auch, wie gesagt, über meinen Laptop offen. Dementsprechend. Aber danke fürs Reinschauen. Danke fürs Weiterhelfen. Und so weiter und so weiter. Bis dann. Äh... Ach, da oben. Ne. Hä, was sind denn die Ziele? Was muss ich denn abschießen? Kann ich dann hoch? Ne, ich komm da nicht lang. Reden. Back again. I'll toss up another set of targets. Oh. Deswegen hab ich die Ziele gerade nicht gesehen. Weil der einfach weg war. Ach so, das ist einfach nur Tutorial. Okay, was musst du denn als nächstes machen? Ja... Habe ich ne Mission? Ja, wie soll ich dir die Verdebt mit dem Haus von Russo? Das ist jetzt meine Mission. Russo's Haus. So, weil ich vom Warbschrein entfernt. Ach so. Ja. Muss ich denn dann? Komme ich denn hier wieder zurück? Hier so? Oder hier so? Ich muss auf jeden Fall da hin. Heißt, wir könnten theoretisch hier so lang gehen. Geh ich erstmal geradeaus. Okay. Okay, es hat Auto-Dings. Auto-Aim. No! Nice. Äh. Aber ja, ich bin bei einem anderen Spiel auch einfach runtergesprungen. Weil es hat auch einfach der größte Müll war. Ne? Cool. 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 Oh. jetzt können wir auch die dinge kaputt machen warte mal meine sichtempfindlichkeit ist jetzt zu hoch für den bogen ich wusste es okay wir können das teil nicht kaputt schießen der ist schlecht habe ich hier ist was einsamme weiss der mein gefährten so ich schieße mal einzeln drunter kannst du auch man da nicht ja wahrscheinlich kommen wir offensichtlich das aussieht vielleicht von der seite hutwagen entdeckt drehflügler okay dann macht nur bei dem so ein ding ich sag das ist es oder das ist es oder bei allen anderen macht er keine animation ja komm was man muss für jeden das ein blut kaufen ich dachte einer geht für alle niemals kommt mal kurz her ja der eine läuft jetzt mit gut rum finde ich cool ok wo müssen wir dann ich gehe da runter und dann links ich gehe da runter und dann ich gehe da runter und dann ich gehe da runter und dann Kann ich jetzt das Verderbnis damit kaputt machen? Nee. Oh, der macht ja übel zum Damage. Krotz. Yo! Hä? Warte da oben! So, ich hatte einen Schiff, der hat ihn geflogen. So, ich habe den Schluck, der hat ihn geflogen. So, ich habe mich auch noch nicht verletzt. So, ich habe den Schluck, der hat ihn geflogen. So, ich habe ihn geflogen. Oh, was ist denn hier? Ein Gegner Geht das auch eigentlich? Ne Ah, aber so Geil, dass aber auch danach immer aussieht Alex, der Bot, Alter Immer noch geil Was gibt es hier? Wo muss ich denn hin? Ich muss hier landen Ok, gehen wir mal da landen Ich könnte springen Okay, ich könnte nicht mehr Es ist hier Oh 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 Okay Oh 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 Okay. Okay. Natürlich. Pass! Yo, der hat mich mitgenommen. Ich gehe einmal auf Heilung. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Close Nice Jetzt muss man auf dem Klo. Verwenden? Ne. Hier oben. Geil. Diese Nachricht anheften. Diese Nachricht lösen. Ich habe diesen Knife für Taro, wenn er ein Kind war. Er liebt diese woods. Und ich habe mein Bestes für ihn die alten Worte. Er hat die Probleme von unseren Stadt. Ich war nicht da für Taro, wenn er mich nicht mehr braucht. Die King of Rain muss ich gleich mal mitnehmen. Aber ich muss eh auch Klo. Ja, beeil dich. Entdecktes Relikt Taro´s Messer. Wir haben ein Relikt von drei. Taro´s Angst. Trophäe erhalten. 14 von 15. Hm. Gut, ich gehe einmal kurz aufs Flo. Ok. Gut. 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 Amen. 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 Ich habe mal kurz was zum Essen gemacht. Ich ess mal kurz. Und zock dann weiter. Amen. 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 wieder. Und ich habe in der Zeit ca. 5 Euro gewonnen bei einem Streamer. Auf jeden Fall sehr geil. Ist doch jemand da von euch? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Now that's not fair. That's not fair bro. That's not fair. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't bro. I said exactly for the year. Either you recreate another case or uh. You see man. Okay. Let's randomize the cars right now. Eesh. What are these cars? Only Ostan has a chance I think. Eesh. Okay. I'll do protect first. I'll do protect first. Alright. If it's over 20 bro. Because I want to be fair to everyone. Or else everyone will go like a little over every time. Alright. It's gonna be it already. Alright. What game Ostan? It's fine. It's fine. It's fine. Just just recreate the case. I was ready. Okay Ostan. Stop flexing man. Calm down. Okay chill mal. Okay chill mal. Da eh grad keiner zuschaut. Schau ich mir mal kurz den Stream an. Schau ich mir mal kurz den Str expect. Oh. Okay. Please okay. Wow. Nice 방법. Also okay than you may have anything. Okay the current day looks 1001 bucks. The new bed has allegem day. Es stimmt gleich weiter, ich habe das jetzt so in die Länge zu ziehen.